Jetzt geht er schon wieder da hoch. Nein, ich drück gerne auf die falsche Taste. Ja, ich drück gerne auf die falsche Taste. Mistrausch. Ja, komm mal her, komm. Ja, wir buchen den mal ein bisschen. Ja, komm her, komm her, komm her. Das war's für heute. Da kann man mit rein in den Fahrstuhl, hätte ich nichts mehr zu suchen. Was ich mich jetzt gerade die Frage ist, kann ich die Gegner einfach mit irgendwas werfen? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Hallo. Was macht das denn? Alles klar, dann ist das bestimmt Biozelle. Das war's für heute. 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 Nein! Hätte ja funktionieren können. Das war's für heute. 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 Das dauert zu lange. Wir sollten möglichst fertig sein. Nur auf alle Fälle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Das gibt es doch nicht. Wir hätten die Atemgeräte mitnehmen sollen. Das hat nicht so funktioniert. Aus, 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 aus. Oh, das wird gut. Ja, konnte ich nichts machen. Was ist das für ein Hausobjekt? Pilsner! In Kosova, 500ml, 4,4% ALK! Mh, 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 Marmor! Da freut sich die Zunge! Hahaha! Na dann... Komm mal rein, das Bierchen! Oh! Guck mal, das knallt aber ganz schön hier! Wär schon wieder... Wär schon wieder... Dieser Ort gehört den Toten! Dieser Ort gehört den Toten! Wir sollten hier nicht... Nicht hier sein, Bark! Je schneller... Je schneller... Je über die Bühne geht, desto besser! Es ist kein Ort mehr für die Leben, denn dieser Ort ist eine Kurft! Und alles darin riecht nach Tod! Glaub mir! Ja... Ja, der Tod riecht halt nach Verwesung! So ist das halt nun mal! Die Dinge, die hier nach dem Zwischenfall zurückgeblieben, mögen harmlos wirken, aber sind eine Falle zurückgelassen von den Menschen, denen es einst gehört, als Verbindung zwischen den Welten. Deshalb müssen diese Dinge bleiben, wo sie sind. Sobald du etwas berührst, lässt du den Tod in dein Leben ein. Jo! An�지 quell! Aber' neid. Mann muss činnig! Wir haben das eine Aubergneise. Gepาง! autoren. Oh! Ja! Ich hätte nie PIKE! Ich hätte dich haben, was noch konnte? Ich weiß nicht, was ich hier ist. Das war so, ich bin gut. Aber ich bin ja nicht. Aber ich bin ja nicht. Es war so ein bisschen. Aber ich bin ja nicht. Ich bin ja nicht. Das ist ein Schaaf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Da oben ist noch einer. Ich glaube, ich nehme mehr von viel. Ausrüst. Ich wollte es ja friedlich regeln, aber... Nein. Wir hatten mit diesem kleinen musikalischen Zwissenspiel ein echt ernstes Thema. Ich habe den schon geplündert. Okay, der schläft nur. Ich habe den schläft. Ich habe den schläft. Ich habe den schläft. Ich habe den schläft. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 raus das ist nicht okay ach sind wir wieder hier ok nein wo geht es hin? ah haben wir jetzt am besten ich könnte ihn einfach ein kopf ist verpasst alles gesichert alles gesichert inhebend das sieben Oh yeah they gotta eat Alle mal herhören. Chang hat sich in das Funksignal der Dschinn gehackt. Ich schalte uns jetzt drauf. Gleich müssten wir Sing hören. Khalil, der Mann, der mit uns beinaheilt hat, ist noch ein bisschen gekommen. Ich sage, dass die Leute, dass ich sie auf siehebe. Und ich sage, dass sie sich auf sieheben. Das Signal ist gut. Entstanden. Gut. Ich schalte uns wieder drauf, wenn der Deal über die Bühne geht. Miller, ich habe den Funkverstärker der Dschinn deaktiviert. Jetzt können Sie nicht mehr so leicht mithören. Gute Arbeit. Mit etwas Glück ist Sing's Tarnung immer noch intakt, wenn das hier vorbei ist. Verstanden. Stoße jetzt zu Premier Zinn vor. Verstärker installiert. Sehr gut. Zurück auf Patrouille. Oh, muss alles gesichert bleiben. Rabi, ach. Damit, sobald du in Dubai fertig bist, musst du mit Vazid nach Rabi Haar gehen. In der Barrikaden-Siedlung vor der Außenmauer wimmelt es von Anwärtern. Biete den stärksten Männern, die du findest, was immer sie wollen. Alles, um ihr Gunst zu gewinnen. Sag ihnen, dass sie noch viel mehr kriegen, wenn sie sich den Jinn gegenüber loyal verhalten. Falls sie sich weigern, soll Vazid ihn abnehmen, was er braucht. Okay. 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 Ah. Ja. Oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, da ist noch einer. Komm mal mit. Wir sind im Atrium und beziehen Stellung auf den Terrassen. Wo sind sie? Noch unterwegs. Beeilen Sie sich. Feindlicher Helikopter im Anflug. Sandsturm nähert sich. Ist der Funkverstärker deaktiviert? Positiv. Verstärker ist Schrott. Dann hat der Zinnmann also doch ein Herz. Gute Aktion fürs Team. McCready out. Gute Aktion. Gute Aktion. Gute Bord. Gute Bord. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020